1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hallo! Wir zeigen euch heute ein Klatzspiel, das heißt Slide. Wir haben es vom Englischen ins Deutsche übersetzt und es ist etwas schwieriger, weil man immer so dran gewöhnt ist, dass man einmal rechts und einmal links macht, aber hierbei ist es auch mal zweimal rechts und zweimal links. Aber ihr dürft nicht gleich aufgeben, ihr schafft das schon. Und wir zeigen es euch jetzt nochmal ein bisschen langsamer. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt erkläre ich euch das nochmal ein bisschen. Also als erstes macht ihr so, deswegen heißt es Slide, das heißt so gleiten und dann macht ihr, klatscht einmal mit den Händen zusammen und dann sagt ihr 1 und dann klatscht ihr wieder zusammen und dann wieder 1 und jetzt macht ihr mit den Rückseiten von euren Händen und dann mit der Vorderseite und dann klatscht ihr wieder zusammen. Das ist so 1, dieses Rückseite, Vorderseite klatschen. Und bei der ersten Runde macht ihr alle Bewegungen immer einmal und bei der zweiten zweimal. Dann ist es so 1, 2, 1, 2 und dann 1, 2 und bei 3 macht man das dreimal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir haben es jetzt bis 3 gemacht, aber man kann es auch bis 5 oder 10 oder 20 oder so oft ihr das wollt. Und jetzt zeigen wir es euch nochmal ein bisschen schneller. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Also viel Spaß beim Üben. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.